Aber Sie haben Sehnsucht nach Heimat. Was ist das für eine Sehnsucht? Was fehlt Ihnen? Nein, das ist sehr schwer zu sagen. Ich kann nicht sagen, dass mir etwas fehlt, was ich nicht ganz kenne. Es gibt eine Stadt auf Erden, wo ich, wenn ich da hinkomme, eine Spur von Heimat empfinde. Eine einzige Stadt. Und das ist Berlin. Ich habe kein eigenes Land, haben Sie mal gesagt. Ich habe keine Heimat und ich habe kein Vaterland. Wie einsam ist ein heimatloser Mensch? Naja, nicht unbedingt so einsam. Sehen Sie, mit der Heimat ist es so. Ich habe aus diesem Anlass Heinrich Heine zitiert, der erzählt hat, die Juden hätten vor Jahrtausenden, als der Tempel da in Israel, Palästina brannte, nichts gerettet aus dem Tempel. Da waren Silberne und Goldene, Kandelaber, Lampen, verschiedene Geräte, alles mögliche, nichts. Nur die Schrift haben Sie gerettet, die Tora. Und haben mit dieser Schrift zogen Sie von Land zu Land. Diese Schrift wurde zu Ihrem portativen Vaterland. Naja, bei mir war dasselbe. Nicht die Schrift, die Heilige Schrift wurde es, sondern die Literatur, paradoxerweise die Deutsche. Aber ersetzt diese Literatur wirklich das, was Sie vermissen, dazu zu gehören? Haben Sie nicht vielleicht Angst, dass das, was Ihnen ja in Ihrem Leben passiert ist? Sie haben gerade Berlin der 30er Jahre genannt. Da haben Sie gesagt, ich ging in die Schule und eigentlich wurde das meine Heimat. Und dann haben die Deutschen Ihnen gesagt, Ätschpätsch, du irrst dich, du bist Jude und kein Deutscher. Kann es sein, dass Sie eine Angst haben, dass man sie wieder rausschmeißt, dass man nicht dazu gehört und dass Sie deswegen erst gar nicht zulassen, von mir zu sprechen? Das ist ganz richtig. Ich bin erstaunt. Es ist sehr richtig, was Sie eben gesagt haben. Sehen Sie, das ist doch so. Wenn Sie mich gefragt hätten, stellen Sie die Frage, ob ich ein Deutscher bin, hätte ich Ihnen sofort geantwortet, nein, keineswegs. Das bin ich nun nicht sicher. Seit 50 Jahren leben Sie hier. Sie haben den deutschen Pass, Sie sprechen die deutsche Sprache. Die Menschen mögen Sie und die, die Sie nicht mögen, beachten Sie. Und Sie sagen, Sie sind kein Deutscher? Wie? Wie so ist das? Ich verwende das Wort Deutsch bezüglich meiner Person oft und gern, aber immer als Adjektiv. Ich bin ein deutscher Kritiker, deutscher Literaturkritiker, vielleicht ein deutscher Schriftsteller. Ein Deutscher bin ich nicht. Das wird nichts mehr draus werden. Warum nicht? Vielleicht ist es der Widerstand dagegen, dass man mir, dass Leute kommen und mir mein Deutschtum aberkennen. Das können Sie nicht. Die können höchstens kommen und sagen, dass ich von Kleist oder von Thomas Mann zu wenig verstehe. Das ist aber was ganz anderes. Herr Reichramitzki, sind Sie noch verwundbar an dieser Stelle? Tut es Ihnen weh, wenn man Ihnen deutlich macht, Sie gehören nicht dazu? Nein, manches tut mir sehr weh. Natürlich bin ich verwundbar, aber nicht, dass dazugehören. Nein, nein. Das nur nicht. Ihr Sohn lebt in England. Sind Sie froh, dass er nicht in Deutschland lebt? Nein, ich bin gar nicht glücklich. Er lebt in Schottland, würde er sagen, nicht in England. Er ist Professor der Mathematik in Edinburgh. Ich bin gar nicht glücklich, dass er so weit ist. Es wäre mir lieber, er wäre Professor in Mainz. Wir könnten uns häufiger sehen oder in Bonn. Aber nun hat sich sein Leben so ergeben. Er hat eine Amerikanerin geheiratet und seine Tochter, das Kindchen ist schon 21 Jahre alt, und seine Tochter studiert nicht Germanistik, sondern Anglisch. Ignaz Bubis, der ehemalige Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, hat Deutschland überrascht, kurz vor seinem Tod, indem er gesagt hat, ich möchte nicht in Deutschland begraben werden. Und Sie? Halt, das war bei Bubis das Resultat eines furchtbaren Missverständnisses. Er hielt sich die ganze Zeit für einen Deutschen und war empört, wenn die Leute ihn fragten, verbringen Sie die Feiertage in Ihrer Heimat, womit Israel gemeint war, oder sehen wir uns bei Ihrem Botschafter, womit der Botschafter Israels damals in Bonn gemeint war. Das kann mir nicht passieren. Sehen Sie, ich habe diese Illusion nicht und diese Befürchtung, die Sie haben, die betreffen mich nicht. Deswegen ist ein Wort von mir, ich möchte nicht in Deutschland begraben sein, völlig unmöglich. Also, wenn man Ihnen zuhört und Sie das eben von Ignaz Bubis beschreiben, nehmen Sie zur Kenntnis, dass viele auch sagen, er ist kein Deutscher, er ist Jude und dass das eine Beschimpfung ist? Nein, als Beschimpfung empfinde ich das überhaupt nicht. Natürlich nehme ich das zur Kenntnis, aber ich empfinde es nicht als Beschimpfung. Das stört mich gar nicht. Steht ja in allen, meine ganze Autobiografie, die beginnt ja gleich in den ersten Sätzen. Was sind Sie denn eigentlich? Die Frage, die mir gestellt wurde, ein Deutscher, ein Pole oder ein Jude, was sind Sie denn? Und ich habe damals geantwortet, ein halber Deutscher, ein halber Poler, ein ganzer Jude. Quatsch. Das ist nur effektvoll, aber das stimmt ja gar nicht. Und was stimmt? Ach Gott, ich bin Literat, ein Mensch, dessen Heimat in der Literatur ist, auch in der Musik, nicht in der Malerei. Die Malerei ist mir ziemlich fremd. Literatur, Musik, das ist ja alles Kunst. Das ist ja eine Welt, die mit dem reellen Leben wenig zu tun hat. Oh, das ist das reelle Leben. Wie können Sie sowas sagen? Vom reellen Leben des alten Griechenlands ist die Ilias geblieben, die Odyssee, die Kunst ist geblieben. Überhaupt nicht. Ich kann sagen, ja, ich habe da mal ein Essay geschrieben, da war ich hinterher zufrieden. Aber Stolz, der Stolz ist mir völlig fremd. Das Gerede, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, hat ja einen Hintergrund. Das sagen ja Leute mit irgendwelchen nationalen Minderwertigkeitskomplexen. Die Engländer sagen gar nicht, ich bin stolz, ein Engländer zu sagen. Ja, aber die Minderwertigkeitskomplexe haben ja anscheinend mittlerweile Leute wie Gerhard Schröder, Bundeskanzler, Laurenz Mayer, Angela Merkel, Friedrich Merz von der CDU. Guido Westerwelle ist stolz, ein Deutscher zu sein. Das sind alles Leute mit Minderwertigkeitskomplexen. Um Gottes willen, sie regieren uns. Warten, das ist alles... Der deutsche Minderwertigkeitskomplex ist ganz alt. Er kommt noch aus dem 18. Jahrhundert. Vergessen Sie bitte nicht ein solcher Hymne. Deutschland, Deutschland, über alles. Hoffmann von Fallesleben. Warum hat er denn das geschrieben? Weil es kein Deutschland gab. Es war zu einem Zeitpunkt geschrieben, wo es kein Deutschland gab. Ein schlechter deutscher Dichter, schon vergessen. Zu Recht, Immanuel Geibel schrieb, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Warum? Das hat er 1861 geschrieben, weil es das Deutsche Reich nicht gab. Das sind Minderwertigkeitsnationale, die dann dazu führten, zu unverschämten Äußerungen. Erschreckt es Sie im Jahre 2001, heute, dass es diese Worte, diese Sätze wieder gibt und dass sie heute in der politischen Diskussion dazugehören? Nein, ich empfinde es nur als Armutszeugnis eigentlich. Dass die Leute immer wieder vom deutschen Nationalstolz reden, ist nicht sehr imponierend, nicht sehr überzeugend. Weckt das Rassismus und Antisemitismus, dass Leute, die ja mittlerweile auch nicht nur von der Straße, sondern eben in solchen wichtigen Funktionen sind, solche Sätze instrumentalisieren? Antisemitismus soll das wecken? Rassismus? Rassismus? Nein, das glaube ich nicht. Ich nehme überhaupt, ich glaube, dass das so furchtbar ernst nicht genommen wird. Das wird gesagt, es kommt diese Äußerung, Sie erwähnten Fröder, aber diese Äußerung kommt doch primär aus den Kreisen der CDU. Dann sprechen wir mal einen Augenblick noch über diese CDU. Da gibt es ja einen Generalsekretär und da gibt es eine Vorsitzende und vor allen Dingen einen Fraktionsvorsitzenden. Die haben ja eine Generalprobe gemacht, als sie von der deutschen Leitkultur gesprochen haben. Hat sie das erschreckt? Nein, da hat mich nur verblüfft, warum die Leute so dumm sind und dass die Deutschen nicht mächtig sind. Was heißt denn Leitkultur? Eine Kultur, die jemanden leiten soll? Wen? Europa leiten soll? Oder Deutschland? Oder Bayern leiten? Was hat das für einen Sinn? Die Leute gebrauchen ein Wort, einer hat das Wort gebraucht und die anderen haben es nachgeplappert. Ich verstehe nicht, was damit gemeint ist. Aber verstehen wir einen Augenblick, wenn wir darüber nachdenken, es gibt die deutsche Leitkultur, es gibt die Debatte über ich bin stolz ein Deutscher zu sein. Es gibt anscheinend eine Renaissance dieses Bedürfnisses, hier so ein bisschen Nationalstolz zurückzuführen. Das sind führende Leute, Repräsentanten, Vorbilder. Sind das nicht Entwicklungen, die Sie vor 10 oder 15 Jahren nie für möglich gehalten haben? Nein, 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 nein. Also zunächst mit den führenden Leuten, was Sie eben gesagt haben. Wissen Sie, in jedem Land gibt es kluge und dumme Menschen. Dass viele dumme Menschen in die Politik gehen, ist nicht verwunderlich. Verwunderlich ist nur, dass manch dummer Mensch ganz bis an die Spitze seiner Partei gelangen wird. Das hat mich immer sehr, sehr verwundert. Sind Sie der Meinung, dass in den letzten Jahren Antisemitismus, Nationalismus, Chauvinismus wieder salonfähig geworden ist?